Musik Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Heißdruck im Nürnberger Land. Das ist der Newsletter 100, also der Jubiläums-Newsletter und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung zu unserem Video-Newsletter sagen. Die Themen heute? Gute Damser zeigt Ihnen in diesem Newsletter, wie das Nachölen von den Tischen funktioniert. Wir zeigen Ihnen die neuen Schlafzimmer, die wir auf der Homepage schon für Sie zusammengestellt haben. Da gibt es unter anderem auch ein Boxprint-Betten und was wir für Möglichkeiten haben, diese Technik für Sie auch umzusetzen. Wir weisen nochmal auf die Sofa- und Sesselaktion hin von Juri, denn da ist ein bestimmtes Modell das ganze Jahr über besonders günstig. Und wir haben mit diesem Sofa das große Glück, dass wir Ihnen einen super Sonderpreis anbieten können, weil das Modell geändert wird und es zurück nach Belgien gehen würde. Ein Mystery-Shopper war bei uns und würde von Gute Damser beraten, wofür wir den Premium Juri Dealer Award gewonnen haben. Das freut uns ganz besonders und es zeigt vor allem, dass die Beratungsqualität in den kleinen, familiengeführten Möbelnhäusern eine ganz andere ist als in den großen. Also, das lässt sich jetzt auch statistisch belegen. Die meisten Bäume liegen bei uns schon am Gelände. Sie kommen vom Oberbecken in Habburg und schauen Sie mal drauf, vielleicht können Sie Ihre Küche-Datum schon erkennen. Bitte machen Sie an unserer kleinen Umfrage mit zum 100. Jubiläum dieses Newsletters. Wäre es schön, wenn wir Ihre Wünsche in den 101. gleich mit einbauen können. Es gibt auch ein paar Preise. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wäre es schön, wenn wir Ihre Wünsche in den 10. Jubiläum dieses Newsletters.